weißt du ich habe ein buch gelesen was in japan spielt ich dachte so für die mädels die jetzt nicht nur manga lesen sondern eben auch einen tollen roman lesen mögen tokyo ever after und ich weiß nicht ob du dich noch daran erinnerst es gab doch vorher den shogun als film und da habe ich gelernt wakarima san heißt ich habe nicht verstanden jetzt kann ich was viel wesentlicheres und zwar ariga no heißt danke aber ich weiß nicht genau wie man es betont weißt du das nee aber kannst ja mariko fragen stimmt mariko kommt auch in dem buch drin vor allerdings nicht als frau die eine druckerei hat sondern als zufe